Hallo mein Name ist Kriegs und das ist das DJ Bix Video Nummer 83. Wir starten gleich mit zwei Neuigkeiten. Erstens einmal gibt es seit ein paar Tagen diese wunderschönen Kriegs T-Shirts, danke nochmal an Marian für das neue Logodesign und danke an die Zeichnerei, die diese T-Shirts erstellt hat. Und die nächste super Neuigkeit, die ich mit euch teilen möchte, ist, dass seit ein paar Tagen fest steht, dass es Kriegs auch live hinterm DJ-Pult auf der Bühne geben wird in Kürze und es freut mich wirklich, wirklich diese Infos mit euch zu teilen jetzt. Das Ganze am 14.11. in der Bühne Burgersdorf. Kriegs live vor echtem Publikum. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ihr schaut vorbei. Ein paar Mal werde ich es noch erwähnen bis dahin. Für alle Infos darüber, schaut einfach mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Instagram.com slash DJ Kriegs. Und jetzt wünsche ich euch eine angenehme Stunde mit Aggressive House und Trends. Und jetzt wünsche ich euch eine angenehme Stunde mit dem Kürze. Und jetzt wünsche ich euch eine angenehme Stunde mit dem Kürze. Und jetzt wünsche ich euch eine afIT unsicher Burada. Und jetzt wünsche ich euch jemanden. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt Facebook. Chi Chamberlain. 鳥 hö Bis zum nächsten Mal. ف geht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Don Stretch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020